Wir sehen uns. Ja, tschau. Ja, mach ich. Tschau. Tschau. Ja, krass. Tschau. Das ist ein Bad. Ja. Ja. Oh. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns ... Ja, wir sehen uns. Ja, das ist ... Ja, wir sehen uns ... Ja, wir sehen uns ... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, das ist gut. Jawohl. So, das ist gut. Jawohl. Hier war die Ecke. Bei mir dabei ist alles klar. So, die Ecke ist. Ja. So, abgestempel, jawohl. Einfach könnt ihr ja nicht abgestempeln, ne? Dann müsst ihr dann nicht mal gleich den Schaffner bescheid haben, wenn der es nicht unbedingt war. Nein, die braucht man ja nicht. Die braucht man ja nicht. Genau, oder? Ja, hier steht aber auch ein Datum drauf. Ja, aber das kann es da. Das muss nicht stemmen. Wie erkennt es daran, die sie schmeißen? Die müssen dahinten Stempel automatisch. Die großen hier sind automatisch... Weiß gar nicht, ich mach 60. Ist das, glaub ich, jetzt hier Stempel oder... Wegen denen hat es hier sogar lange gedauert. Das ist auch schrille. Automat, ne? Automat, ja. Aber nicht dieser Stempel. Das können sie schon einmal machen. Jo, alles klar, wir beide. So meine Herren, wie sieht's aus mit Amt? Ah ja, alles klar. Zeig doch mal. Okay, dankeschön. Ich bin mir, ich bin mir liebter. So meine Herren, ich bin mir liebter. Es will mir liebter, ich bin mir liebter. Aber ich bin ja nie Leute, ich bin mir liebter. Ok, das ist doch egal ein paar Gäste. Guck mal, da sieht man schon den ersten Gleisanschloss, sogar mit Beleuchtung, so ist das tatsächlich okay. Die Weiche ist richtig gestrickt. Wir erreichen jetzt Einbeck Mitte, Einbeck Mitte, diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Region. Auf Wiedersehen. Ja, das ist nicht schlecht. Hahaha. Das ist ja noch ein bisschen zu weit. Das ist ja noch ein bisschen weiter. Das ist ja noch ein bisschen zu weit. Sprechst du? Sprechst du? Komm schon!